Hey, herzliche Willkommen zurück zu Deadzout. Wir hatten hier beim letzten Mal etwas rausgenommen und so wie ich das sehe, ist da zwar das Loch, aber wir starten trotzdem auch nur wieder mit 10.000. Oh wow. Okay, wir versuchen erneut heute irgendwie weiter voranzukommen. Doch, wir hatten einen Bogen gefunden. Jetzt, wo ich das sehe, ja, wir hatten einen Bogen gefunden. Der Bogen ist mir aber doof. So, dann würde ich sagen, los geht es. Oh, ich habe gar nicht wahrgenommen. Nein, 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 great start. Hätte die Gegner wirklich am Anfang gar nicht wahrgenommen, dass es so viele sind. Oh, da hätte ich mir aber an dir vorbei gewesen. Super. Ah, vier Zeug hier am Anfang wirklich im Weg. Oh, hier unten geht es gar nicht lang. Great. Wie immer, ich würde für den Anfang ganz gerne mal versuchen, doch eher schneller zu arbeiten. Das Store ist locked. Hatten wir, glaube ich, so, aber auch noch nicht. Ebenfalls sollten wir trotzdem gucken, ob wir nicht nach anderen Wegen ebenfalls Ausschau halten. Denn von dem, was ich so ein bisschen gelesen habe, gibt es wirklich noch weitere kleine Sachen, die man freischalten kann. Sie haben irgendwann fast, ich meine Pause. Hmm, looks like the prisoner man should get out of prison early. It sure is convenient, finding all these messages on the wards. Lorn, soo string, the writing is barely legible. Don't want contaminated out of here. See you again, I hope. The malay is not infected, won't die. So, now I have sent you under my ear, a small back. Left us back behind him, must have been in quite a panic. Okay, whatever. Wegen 100 Punkten. Drehen wir mal jetzt nicht durch. Interessantes Beispiel hier in den Räumen, die Zeit ebenfalls angehalten wird. So, wir bleiben mal rot. Ich persönlich finde es doch ehrlich ganz angenehm zu versuchen, stets mit der Hauptwaffe am stärksten zu sein. Oh, hi. Hört einfach hier aus der Waffe entgegengeworfen. Warum nicht? Das verzeihe ich sogar noch mal in Ordnung. Denn wir haben genau zwei Minuten, um hier hinzukommen. Und, was ist das hier eigentlich? Sind das 30, aber nur? 30 Gegner. Das ist auch interessant. Also das sollten wir nicht vergessen, dass es nicht 30 Kunden sind, sondern wo einfach nur Gegner, die man besiegen soll. So, Kick wollen wir nicht einen extra Jump mit Air. Hier ist das Beispiel auch wichtig, das ist kein Bogen. Crewdown ist dafür relativ lange. Na, ich bin, ich denke, ich bin einfach hier auf Nummer sicher. Und nehme den kleinen Boni. Guten Tag. So, und was arbeiten wir? Genau, wir arbeiten an der Sache. Unlock a special shop in the prison cell. There you will find all sorts of rare and expensive oddities for only the most experienced and discerning shoppers. Unlock a mirror near the scribe that may come in handy during your hunts. Keine Ahnung, was das bedeutet. Überhaupt, keine Ahnung. Ansonsten sollte man vielleicht irgendwann überlegen, die Sachen trotzdem weiter zu machen. Gerade mehr Hells Flasks sollte die richtige Idee sein. Aber natürlich auch Hunters Mirror ist vielleicht gar nicht doof. Ich weiß halt nicht, was das tut. Dementsprechend, ich bin mal hier einfach so frei und mache erst mal das hier. Man kann ja in der Zukunft ja immer noch mehr überlegen, wie man das anders machen kann. So, wir wollen wie immer Combo. Und dann... Denke ich, wenn wir mal ganz simpel... Poisoned haben wir gerade nicht wirklich. Victims explode. Das ist nicht falsch. Das soll aber im Endeffekt dann doch recht sein. So, meine Frage ist, in den Toxic Sewers, gibt es da irgendwas, das man freischalten könnte? Ich weiß ja nicht, was wir jetzt aktuell schon haben. Aber von dem, was ich jetzt gelesen habe, kann er in den unterschiedlichsten Gebieten auf Elite-Gegner treffen und die haben eine Chance, dann Sachen wie Runes zu droppen, die einen neue Wege freischalten lassen. Aber Toxic Sewer kann ich mir vorstellen, das ist so ein Bereich, den wir schon hatten. Und eher die späteren Gebiete, die sind, wo wir noch nicht alles haben. Mal überdenken da unten. Oh, da ist halt auf. Aber trotzdem, wenn ich hier irgendwo einen Elite-Gegner sehen sollte, werde ich versuchen, ihn zu besiegen. Ah, boy, das ist super. Okay, keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe. Aber das scheint wohl nicht der Weg gewesen zu sein. Da haben wir auch einiges an Zeug an einem entgegen hier. Ah, oh. Dankeschön. Ho, ho, hi. Wowee. Hat der irgendwas Interessantes getroppt? Er hat was getroppt. Credit Golden Serbs of Unlimited Distance. Okay, so haben wir recht sein. Extra Jump ist zwar hier und da nützlich, aber nicht auf dem Niveau, wo ich merke, dass ich es wirklich brauche. Ähm. So, was hatten wir denn hier gerade? Summon to Bites oder das? Dann hebe ich mir das sogar auf und schmeiße das weg. Denn diese Pfeile in jede Richtung schießen ist uninteressant. Uninteressant. Das sind zu viele Bereiche, wo man gerade eben nirgends rein schießt. Äh, es ist wirklich nur der Shop. Nein, nicht nur. Dann lohnt es sich hier auch weiterzumachen. Wow. Da will ich gleich noch mal ganz kurz zurückkehren. Mhm. Genau. Denn da war noch mal was. Das Ding hat mich einfach getroffen. Auch das hat ich nämlich auch wahrgenommen. Ei, ei, ei. Sehr viele dumme Treffer. Na, jetzt nicht weiter hoch, ey. Nope, so überhaupt nicht. Great. Wir haben zwar, glaube ich, irgendwas an acht Minuten oder ähnliches, glaube ich. Aber das ist natürlich trotzdem nicht toll. Ähm. Komm ich da hoch? Hopp, eigentlich schon. Für eine Falle. Wulftrap. Interessant ist es, die 0,4 Cooldown nur hat. Die sollte ich wohl regelmäßig einsetzen. Die ist überhaupt nichts sonst, ey. Hm. Interessant. Das ist die Aufgabe wohl scheinbar wirklich hier hin zurückzukehren. Und dann nach links und nach unten irgendwie sich zu arbeiten. Das hatte ich aber so auch noch nicht. All right. Ähm. Ist hier kein Weg, wo ich weiterkomme? Das ist jetzt eher verwirrend. Da war noch mal was, aber da kam ich nicht hoch. So sehr mir das Spiel der behauptet, da könnte man hoch. Woher sind wir hier? War da nicht nur einfach nur ein Shop, in dem wir waren? No, not. Das ist auch noch ein bisschen uninteressant. Okay, da oben geht es immer weiter. Und hier ist immerhin noch mal Zeug. Und das da sieht aus, wie ein Weg der mit einschlagen könnte. So, gibt es irgendwas, was ich ernsthaft bräuchte? No. Lass mal da hingehen. Au. Au. Come on, dude. Das ist hier nichts. Schade, sieht aber nach was aus. Okay, damit komme ich jetzt zu einem Punkt. Weiß was? Sicher, sicher. Jetzt geht es hier nach oben. Okay, Ramparts sind da. Ich weiß, irgendwas lohnt. Seid die eine Granate hätte grün, aber eh. Wir müssen trotzdem mal ganz kurz gucken. Da ist sie überhaupt nichts. merkwürdig. Ja, merkwürdig. Ja, merkwürdig. Besser. Ja, weil es auch noch eine Granate hat und explodieren kann. Das ist eine richtige Entscheidung. Wir haben auch einige Cells dadurch gesammelt. Gar nicht mal interessant. So, lass uns ganz kurz hier gucken. Bisschen irgendwas, das clever wäre. Sonderweise, der Support-Skill müsste funktionieren mit der Kreissäge. Mehr Ammo brauche ich eigentlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. aus, man versucht gerade mit den mit dem Bleeding-Effekt zu arbeiten. Ne. So, trotzdem will ich ganz kurz gucken. Kann einiges an Geld ausgeben, um das Ding zu upgraden. Das wäre es vermutlich sogar wert. Denn eigentlich habe ich vor, noch ein bisschen länger zu leben. Launches a grenade, damit es toxisch ist. Ist nicht ideal, aber wir leben mal ganz kurz damit. Klock. So, mal wieder dieser Bereich, der mir so überhaupt nicht gefällt. Ist nicht schwer oder schlimm, aber ich mag die Idee nicht, dass man hier runterfallen könnte. So, ja genau. Der Drecksack hat ja hier einfach die Ehre zu machen, was er will. Wände sind ein Vorschlag. Moment, ist hier unten noch ein Wässer? Das ist erstmal nur ein Teleporter. Okay. Oh, da ist was. Das ist was goldenes auf der Minimap. Lohnt sich das. Burn's nearby enemies. Ich war nicht wirklich von dem Ding angetan. So, wo bringst du mich denn hin? So, wo bringst du mich denn hin? Stop. Au, natürlich. Na, die werden natürlich alle von dem Scheiße geschützt. Oh, die Viecher. Wow, ernsthaft? Ernsthaft? Ich werde hier von Sachen getroffen, bevor ich überhaupt hier bin. Oh, legendary Cleaver. Inflicts bleeding. Colorless. A victim of bleeding. Spreads it to other nearby. Klingt natürlich nicht falsch. Ja, das Ding wirklich eine ganze Ecke gefährlicher ist. Ich denke, gerade wenn man das mit dem Swarm kombinieren kann. Sehr beeindruckend. Das ist eine Blume. Oh, wow, wow, wow. Gardeners-Key. Huh. Vielleicht sollten wir hier mal uns wirklich genauer umgucken. Wenn man hier wirklich mal einen Gardeners-Key findet. Dann kehren wir da nochmal zurück. Also es gibt definitiv so eine Gründe, warum man hier nicht einfach durchsprinten sollte. So ist es nicht. Gleichzeitig die ganzen Secrets zu finden. Da gehört auch noch natürlich ein bisschen was dazu. Hopp, damit hörst du auf. Ähm, no. Wir nehmen weiterhin Rot. Uiuiui. Ja, bin ich ein bisschen zu steil gerade gewesen. Warum bist du hier ganz unten alleine? Kann sich auch so ein bisschen umgucken. Ja, vielleicht gehen wir uns ja heute mal wirklich ein bisschen ruhiger in diesem Spiel an. Aber mal gucken, ob man hier irgendwelche Geheimnisse noch findet. Oh, ups. Da ist eine große Wand dazwischen. Ja, klar. Natürlich kriege ich das hier packen. Ja, ja. Drück dich nur gegen die Wand. Jetzt aus, als soll man da irgendwie hochkommen. Oh, hi. Take any upgrade. Will do. Ja, sowas ist nicht gemein dabei. Tom's Place. Prisoner and Doctor of Mushroomology. Abundant ages ago. Oh, actually, a family of rats seems to go to the place home these days. Okay, da unten waren wir drin. Weiß nicht, ob es sich lohnt, da jedes Mal wieder rein zu begeben und da wirklich irgendwas bekommt. Nice, das hat sich so gelohnt. Ja, aber dann dadurch, dass man ja wirklich halt viele Secrets nur findet, indem man sich gegen Wände gegendrückt, muss man sich schon fast angewöhnen, konstant das zu machen. In der Hoffnung, mhm, was zu finden. Guten Tag, irgendwas Interessantes für mich, genau nicht wirklich gut. Wenn ich im weiteren Slot, dann hätte ich das so überlegt. Hm, wir haben jetzt hier wirklich erstmal alles gefunden. Oder alles abbearbeitet, was man direkt sehen kann, sagt man und sagen. So, wir haben eine Auswahl. Mehr Schaden mit Purple. Das ist aktuell sogar die richtige Entscheidung. Gibt immerhin mehr an an HP auch gleichzeitig. Soll ich gucken, ob da unten ist, auf den ersten Blick nichts. Ich könnte es mir natürlich immer vorstellen, dass dann irgendwie gemeint wird, da was zu verstecken. Aber wirklich einfach nur blind irgendwo runterspringen, in der Hoffnung, dass es ausnahmsweise mal was tut, gerade in einem Gebiet, wo überall Klippen sind. war sogar gar nicht mal dumm. Ah, das war sogar gar nicht mal dumm. zu finden. So, ja, jetzt gehen wir wieder hier rüber. Ja, das fehlt uns immer noch. auch hier mal so ein bisschen Augen offen halten. Und da irgendwie runterfallen könnte. Habe ich eigentlich irgendwas übersehen, irgendwas ignoriert? No, in diesem Bereich meines Erachtens zumindest nicht. Ich sehe, da waren wir relativ gründlich. Ich finde es super, wie man Gegner hier zum Teil stets mit irgendwelchem Zeug betäumen kann. Tee, hee, hee. Cool. Da ist ja auch nicht weiter. Eine Sache, die natürlich auch gut möglich ist, dass dieser Schlüssel, den man bräuchte, good luck, dass der gar nicht erst hier ist. Oh, hi. Die habe ich gar nicht wahrgenommen, dass du auf einmal näher kommst. Ha, it's shield. Stunts blockt enemies done, as long as Paris is exposed. So, jetzt haben wir das einfach ganz kurz angelegt und jetzt werden wir es auch wieder abgeben. Das war ganz niedlich, aber wenn wir uns ehrlich sind, nicht hilfreich. Ernsthaft? Ich habe zugeschlagen und das Ding meinte einfach, nö. das war die Feuchertaste. Das war die Feuchertaste. Das war die Feuchertaste. verzeichen kann. Das war die Feuchertaste. Meine Frage ist, meine Frage ist, wir haben nicht wirklich Synergies. Also man könnte eigentlich ruhig auch überlegen, mal Burning noch zu nehmen. Ups, Ja, also schade eigentlich. Ich hätte ganz gerne irgendwie einen Schlüssel gefunden. Aber ich habe nichts dergleichen gefunden. So, 23. Das soll mir recht sein. Gibt es hier irgendwas? Ich denke, das werden wir definitiv machen. Buy the Scroll from the Dead. Yes. Ich denke, das ist ein Trade, den man gar nicht unterschätzen... Oh. Auch interessant. Man muss also etwas auswählen. Hier, dann nehmen wir noch Support. Okay, der Idiot. Gut. Mal gucken, wie wir uns hier wieder mal anstellen. Wir haben immerhin jetzt so ein paar Sachen, die den Kampf so ein bisschen anders gestalten werden. Denn ich kann das Zeug einfach spammen. Und sonst mehr oder weniger gar nichts machen. Ups. Die meisten Schaden habe ich für mich genommen, weil der in mich reingesprungen ist. Aber ansonsten habe ich ihn nicht angegriffen. Nicht mal ansatzweise. Pisspur. A Nutcracker. No. Der hat nicht diese Kombination, die wir in der Vergangenheit einmal genießen durften. Haben wir denn hier so fein. Das ist Alienation. Oh, cool. Wir werden hier zu langsam mittlerweile gewesen. Ah, das Ding. Auch hier mehr Biters. Downward Smash Attack covers the ground with... Will ich das Ding haben oder das andere? Ich glaube, ich werde mal mit dem bleiben, was ich habe. Und nehme mir einfach nur das mit, was am meisten Geld bringt. So, an euch werde ich mich erst mal noch nicht stürzen. Alienation, remove a curse require you to kill 50% extra enemies. Enemy kill restore 5%. Removing a curse requires you to kill 50% extra. Ah, natürlich böse, wenn man sagt, man hat, glaube ich, 10, die man besiegen muss. Aber man bekommt immerhin die Möglichkeit, dass man von nun anscheinbar HP relativ gut herstellt. Das ist nicht falsch. Aber nicht, was ich jetzt aktuell haben möchte. Okay, ich habe mich mal gespannt. Denn mit dem aktuellen Build kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus nervig sind. Selbst gegen die größeren Viecher. Das heißt also, wenn wir wirklich es schaffen sollten... Wopala. No. Man sieht jetzt, ich kann ja wirklich einfach stehen. Und die Viecher bis übermorgen spawnen lassen. Das ist zwar nicht in jeder Situation, man sagt, das ist clever. Aber wie man zum Beispiel da so... Die sind da alle einfach zu den... Oh, was auch immer, ob ich da gerade getroffen hat. Da kam auch noch mal einer rausgepuppt. Oh, hi. Oh, da wollte ich jetzt nicht so unterpeilen. Oh, inflicts critical. Das Ding alleine ist schon relativ stark. Launches a grenade, launches a grenade. Die Granate macht weniger, ist aber mit diesem... Eine hat aber Bleeding. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir Bleeding in der Hinsicht besser gefällt. Weil ich mich wirklich darauf konzentrieren kann. Ja, also ich glaube, dass die Viecher übertrieben stark sind. Und dadurch, dass die alle rot sind... ...wann wir auch definitiv hier rot weitermachen. Okay, erster Schlüssel. Au, 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 au. Ihr kümmert euch mal um meine Viecher. Drecksviecher. Deswegen das Lustige ist, ich glaube, die Viecher werden auch nicht angehalten. Oder getötet von irgendwas. Die gehen vielleicht über Zeit drauf, aber wie man sieht... Die hatten gerade sehr viel Spaß da dran. A repeater crossbow. Fires multiple bolts periodically... Moment. Das sollten wir vielleicht so machen. Zeit angehalten wird. Fires multiple bolts periodically immobilizing enemies. Enfricts critical hits on immoloids target. Colorless plus 50% damage. Launches a grenade. Victims burn when they die. Das klingt natürlich eine Ecke interessanter. Aber das andere mit dem Damage over time... Ich denke, ich darf das Ding nicht ignorieren. Aber es dafür dann wirklich zu stark wirkt. Trotzdem, eine Sache muss man weiterhin anmerken. So sehr ich jetzt hier bin und das Gefühl habe, stärker zu sein, indem ich mich einfach zurückkeite. Wir haben schon Schaden genommen. Okay, also hier zum Beispiel wieder so eine Sache, wo man vermutlich mehrere Sprünge bräuchte. Er ist auf der A.O. natürlich. Ich weiß was. Sicher ist sicher. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehrere Sprünge. Ich würde sogar nicht sagen, nur ein Double Jump, sondern gleich zwei, um da hochzukommen. Das ist trotzdem weiterhin super lustig. Have fun, guys. Have fun, guys. Da ist der Schlüssel gleich. Warum geht's hier unten dann noch so munter weiter? Oh, hier ist der Schlüssel. Oh, hier ist der Schlüssel. Oh, hier ist der Schlüssel. Ah, Table. Nothing else. Und ich will wirklich nicht mehr probieren. Und ich will wirklich nicht mehr probieren, was left ist auf der Schlüssel. Some of the villagers surely managed to get crystals to sell. No animals were harmed while researching for a cure against them, Elias. Promise. They won't need it anymore anyway. Okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr das Santers erhofft. Dann habe ich gesagt, Aua, du hast ein paar Cells gefunden. Denn die braucht man doch so ein bisschen mehr als halt diese doofen Coins, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, damit haben wir den nächsten Schlüssel. Also von mir aus können wir dann auch jetzt vielleicht zu dem nächsten Gebiet übergehen. Die Viecher sind super. Können wir was sagen, was wir wollen. Vor allem, wenn man wirklich sieht, dass die da halt versuchen, sich um den zu kümmern und es nicht gebacken bekommen. Die zu stoppen. Und natürlich auch andersrum. Aber die Achtung muss natürlich hier trotzdem geboten sein. Ha, ha. Der Kollege ist nicht clever genug, über das Ding hinweg zu schießen. Was ist es hier? Ich glaube nicht, ein Raum, wo wir unbedingt rein müssen, aber ich gehe es einfach jetzt trotzdem mal an. Oh, shoot. Das war dumm. Oder? Oh. Oh. 26 Minuten. Haben wir aber genug Zeit noch gehabt hier? Oh. Das Ding ist... kräftig. Victim, slow down all nearby enemies when they die. Mehr Poison. Cannot be interrupted. Schuss an arrow in front of you. Don't want to smash. Touching. Ah, ich will eigentlich keine dieser Waffen aufgeben. Meine Frage ist... 10% weniger, ey. Hm. Davon habe ich aber nicht viel. Ja, okay. Weiß nicht, was mir hier... in diesem Gebiet wirklich... zukommen wird. Aber ich nehme das trotzdem mal so. Ja, und die Möglichkeit, das auf Plus Plus zu machen. No. No. Es wird doof, weil man... könnte das Ding nochmal stärker machen. Ja, machen wir es. So, was haben wir denn? Mehr Crit-Schaden ist, denke ich, nicht dumm. Und schuss an arrow upwards. Das ist weniger interessant, aber... Das ist mir recht. Ähm... So, this is the anomaly she is looking for. You have come a long way down beneath the surface, 4-in-1. Dark is the path you have chosen. The light of the Guardian Monolith will guide you. But for how long? Behind you, that big light, just there. Was soll ich damit machen? Follow the light. Weißt du ja nicht, wie ich damit umgehen muss. Muss ich da... Ich kann es nicht irgendwie aufheben oder ähnliches. Ach so. Ah, I see. Hier hat man also jetzt noch die Aufgabe... Diese sind Licht als Schutz zu haben. Und damit kann ich also neue Bereiche irgendwie entdecken. Das ist ja nicht unangenehm. Das heißt also, beeilen sollte man sich vermutlich hier schon. Oh, ihr seid's. Oh, great. Oh, great. Interessant, hier die Kombinationen von Gegnern zu sehen. Aber die Waffe ist stark. Die Waffe ist richtig stark. Nope. Wer hat hier zu den interessantesten Orten teleportiert? Ei, ei, ei. Aha. Ihr Dreckskinder wisst wirklich, wie man Schaden anrichtet. Ich muss eigentlich bei Rot bleiben. Einfach nur, um weiter stärker zu sein und zu bleiben. So, das Ding ist ein Drecksvieh. Das wissen wir. Mhm. Man fällt dem Ding sogar relativ einfach verdammt viel Schaden zu machen. Ah, a Crypt Key. Meine... Gut. Das nehme ich dankend an, dass wir den jetzt einfach so gefunden haben. Ähm, gucken wir mal. Ne, da kommen wir nicht hoch. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Da ist ein Schlüssel, den man braucht. Interessant. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Gut für uns. Oh, boah, ich bin schon wieder. So billig, geht auch so gut. Äh, ein Bogen und das Ding. Geht damit. Weitere Teleporter. Wow. Wow. Okay, wir brauchen weiter. Ähm, wow. Oh, okay. Ähm, ja. Ja, man hat nämlich gesehen, es wurde immer dunkler für mich. Oh, man kann ja auch schnell genug sein und die einfach platt machen. Dann haben die auf einmal gar nichts zu machen. Uah, ei, 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 ei. Hey, ei, 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 ei. Tja, tja. Ja, hier kümmern euch bitte einfach. Hier, oh die, ei. Da wurden sogar einige von denen kaputt gemacht, ey. Holy shit, wie soll man den ausweichen? Okay, man kann theoretisch an den... Wow! Das ist eine Frechheit. Ach so, funktioniert das Ding. Ah, das ging ja noch. Oh, nicht schon wieder ihr. Ich kann den Dingern nicht ausweichen. Dementsprechend ja. Ich muss jetzt hier wieder zurück. Mich ins Licht retten. Wow! Die können einem zum Teil ja wirklich weit folgen. Dankeschön. Ja, ich denke, ich werde die versuchen, so gut es geht, zu ignorieren. Oh. Alle Wege führen scheinbar zum Clockroom, ey. Okay. Do or die ist jetzt hier mal wieder angesagt, behaupte ich mal. Oh, das wird schwer. Ja, also die Aufgabe, denke ich, ist relativ offensichtlich. Wir müssen versuchen, einfach mit Zeug ihm zuzuspammen. In der Hoffnung, dass es den einfach zu Tode nervt. Ja, da ist das Problem. In der Sekunde, in der er anfängt, einfach zu sagen, okay, du darfst dir doch jetzt nicht mehr ausweichen. Mhm. Ja. Das Problem natürlich ist, der macht nicht wirklich viel Schaden damit. What the fuck? Okay, und wie soll ich mich heilen, wenn du da gerade macht, was er will? Ja, okay. Ich denke, der ist größte Blödsinn der Gegner hier. Weil es ja eigentlich nur darum geht, irgendwie eine Schießtaktik, glaube ich, zu finden. Die Schießtaktik ist, glaube ich, meines Erachtens wirklich einfach nur herumzuspringen. In der Hoffnung, dass die Viecher, die ich hier habe, irgendwie ihn treffen. Aber in der Sekunde, in der er entscheidet, mich einfach treffen zu können mit seinem Haken. Ja, hier wieder. Gibt bestimmt eine bessere Methode, aber. Ja, und das macht leider keinen Spaß. Verstehe ich nicht, warum man trotzdem immer noch den Beginnerbogen hier finden kann als extra. Weil, man gibt einem einerseits diese Möglichkeit, das zu haben. Und ich würde mich dann wieder fragen, wenn man sagt, man hat dann zufällige Schilde und zufällige Starterwaffe. Ob die dann auch irgendwie immer stets irgendwo anders noch findbar sind in dem Raum. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Lust mehr. Das Spiel ist... Hat leider meines Erachtens nicht das Balancing hingefunden. Zwischen herausfordernd, aber spaßig. Denn auf einmal hast du dann einen Gegner, der so viel Zeug am Entgegenwürfen geführt macht, was er möchte. Wo ich... Keine Ahnung. Einfach nicht das Gefühl habe, dass ich ansatzweise in der Kontrolle bin, den Kampf durch Skills zu gewinnen. Sonst geht es eher in der Distanzierung, okay, hast du vielleicht ein Bild gefunden, der besser funktioniert. Und da kann man natürlich wieder sagen, okay, vielleicht muss man Parry lernen. Aber auch dann, dann wird man gezwungen, einfach Items zu haben, die Parry können. Und wenn man aber halt sagt, man möchte lieber mit Schwertern kämpfen, mit Bogen kämpfen, mit Minions kämpfen, also die ganzen unterschiedlichsten Arten, würden natürlich sehr traurig sein, falls man wirklich... das alles auf einmal nicht mehr nutzen dürfte. Aber so sieht es für mich aktuell aus. Dass man auch angewiesen ist, einen speziellen Bild zu verfolgen. Und dann muss man Glück haben. Meines Erachtens. Dann spätestens dieser zweiten Phase, wo er dann etwas sagt, Fakt ist und anfängt durchzudrehen. Ich bin wegen der Infantry-Genähtchen gegangen, okay. Ja, und... Ich denke, man merkt schon so ein bisschen, dass ich hier zu einem Abschied hin denke. Aber ich bleibe auch so ein bisschen dabei. Man schaltet zwar so nach und nach neue Sachen frei, aber viele dieser Sachen... Ich persönlich würde ganz gerne irgendwann mal wieder so ein fast The Binding of Isaac-ähnliches Spiel haben, wo man wirklich viele Sachen finden kann und die zum Teil auch wirklich durchgeknallt sind. Warum will ich Close Range? Ich bin alle doof. Arrows stuck in Enemies come back. Was man den Dinger hervorheben muss, sind immerhin alle Level 4. Manche sogar Plus. Den Ectic Wolf hab ich nicht mehr genutzt. Ah, ja, wie immer. Ich dachte, ich werde schon wieder ausdeleportiert. Und dementsprechend, da ich, dass es halt permanente Upgrades gibt, hat man häufig das Gefühl, dass gewisse Runs so überhaupt nicht zählen. Wie zum Beispiel jetzt hier einfach. Denn, klar, einerseits, wir wollen versuchen weiterzukommen. Wir versuchen, den Clock Tower zu schaffen. Oder den Clock Room in dem Fall. Aber gleichzeitig auch wieder ist eine der mit Hauptaufgaben zu versuchen... Oh, nice. ...dann doch eigentlich die Cells zu sammeln, in der Hoffnung, dass man dann zum Beispiel die dritte Flash bekommt. Und somit halt nochmal einen Ticken... Weißt du was, ich gehe mal nicht da lang. ...dann nochmal einen Ticken mehr oder länger aushalten kann. Und dementsprechend dann zu sagen, gewisse Runs sind von Anfang an eigentlich nur dafür gedacht, um nicht voranzukommen, nur um möglichst viele Cells oder ähnliches zu sammeln. Ja, das macht es auch so ein bisschen schade, meines Erachtens. Ja, wenn man... Und das ist leider so das Fiese, wenn man es mit Binding of Isaac vergleicht. Klar, da sind halt... ...Runs später, im Vergleich zu am Anfang, wo man mehr Sachen bekommen kann. Au, da hat die volle Kanne reingelaufen. Aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, in selbst den Anfangs-Runs, dass ich hier nur bin, um Sachen freizuschalten, in der Hoffnung, dass ich dann in der Zukunft es schaffen könnte. Ist hier sonst wirklich so überhaupt nichts mehr... Wow. Also ich denke, was man dem Spiel wirklich zugutehalten muss, ist, wie sehr es doch Spaß macht, hier auf Geschwindigkeit zu arbeiten. Das Besiegen von Gegnern ist sehr, sehr angenehm gestalten worden. Und auch, ich habe das Gefühl, dass wirklich viele unterschiedliche Builds möglich sind, um damit ans Ziel zu kommen. Ha. Das war eigentlich auch interessant, zum Beispiel, zu sehen, dass der ein bisschen machen konnte, was er wollte mit mir gerade. So, dass wir als SS-Denier ausscheiden, genau. Ja, und gleichzeitig zum Beispiel hier mit dem Bogen, den man aktuell hat, müsste man sogar schon fast überlegen, ob man sich nicht sogar tatsächlich mehr auf diese Sachen konzentriert. Denn zumindest jetzt hier in diesem zweiten Gebiet gibt es viele Gegner, die... die doch sehr schnell damit drauf gehen können. Ebenfalls, ich denke, mein großes Problem ist, wie gesagt, so ein bisschen, man scheitert so Waffen oder Sachen frei, die nicht wirklich interessant sind. Und das Gleiche zählt meines Erachtens auch für... für Mutations. Klar, ich denke, die meisten Mutations haben immer noch einen positiven Aspekt, was zum Beispiel so Binding of Isaac nicht unbedingt verspricht. Es gibt Sachen, die negativ sein können. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass irgendwelche Mutations ernsthaft Auswirkungen auf mein Spiel haben. Man hat zwar das Gefühl... Oh, die Dinger habe ich gar nicht wahrgenommen. ...dass man mehr Schale anrichtet, zum Beispiel, wenn man den roten Kombo nimmt. Oh, great. Aber wenn wir ehrlich sind... ...so wirklich darauf achten, kann man meines Erachtens nicht. Und dann ist es halt so das Gleiche mit vielen dieser anderen Sachen, wo man sagt, oh, du kriegst die Möglichkeit, mehr DPS zu machen, wenn eine Sache deployed ist. Ja, okay, schön, fein, aber... ...wirklich darauf achten? Man sieht zwar die Linie... ...aber mehr ist da, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht dahinter. Also da hätte ich mir dann wirklich erhofft, dass man vielleicht irgendwelche anderen Spielrichtungen einschlagen würde. Je nachdem, was man will. Gerade vor allem, weil man scheinbar nur drei insgesamt bekommt. Und auch hier wieder klar, vielleicht gibt es im Verlauf des Spiels, welche, die gut oder besser sind. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Und dann auch wieder, wenn man zum Beispiel uns aktuell anguckt, mit unserem Bild. Wir haben eigentlich mehr oder weniger die Sachen gefunden, die uns mit am meisten helfen. Das heißt, selbst wenn man sagt, oh, die sind jetzt besser, vielleicht findet man auch da wieder welche, wo man das Gefühl hat, dass die die Must-Haves einfach sind. Trotz des Rumgeeierst haben wir trotzdem das Ganze unter acht Minuten hinbekommen. Das ist natürlich eine ganze Ecke besser. Oh, fire is spinning. Ich denke, fire is spinning. Müssen wir hier ganz klar machen. Oh, jetzt hier eigentlich muss ich weiter. Achso. Ja, und da natürlich auch hier weiterhin, wenn man schon davon redet, dass das Gefühl existiert, dass man Runs hatte, die einfach nur existieren, um Sachen zu sammeln. Dann sieht man natürlich auch da gerade, man hat im Endeffekt einfach nur hier so viele Sachen, die man erst mal sich hinarbeiten muss. Und ich gehe davon aus, ganz klar, dass es Leute gibt, die auch mit keinen Unlocks hier dieses Spiel durchspielen können. Aber ich denke auch, dass diese Nummer sehr, sehr gering ist. Okay. Hatte mir auch hofft, dass wenigstens der Fire den gleich besiegen würde. Ja, also hier bin ich mal ganz kurz so frei und versuche es einfach mal so schnell, dass es geht. Die mit dem Schild sind zum Teil doch relativ fies, weil sie gelegentlich wirklich einfach sofort zurück angreifen. Gerade, wenn man dann halt andere Leute noch hat, die man auch ausschalten muss, kann das eine fiese Kombo sein. Ja, also wir werden das hier mal zu guter Letzt wirklich nochmal als Run verhandeln, wo wir versuchen, ein bisschen schneller zu agieren. also das hatten wir schon mal miterlebt, genau. Keine Ahnung, wie weit wir hier wirklich rüber gehen sollten. Ha, das hat er interessanterweise überlebt. auch wo es immerhin von dem Bogen kam, der relativ stark wirkte. Ha, sehr interessant. Sehr viele, die überhaupt nicht rot erst anbieten. haben wir wieder den Punkt erreicht, wo es hier nicht weitergeht. sieht fast so noch aus. Oh, mein Händler. Händler ist nett, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das meiste Geld will man... Na, geht er jetzt nicht runter. Will man eigentlich eher zwischen den Sachen ausgeben? Wow. Ich wollte aber wirklich gucken und man sieht dann hier wirklich hier sind einfach unsichtbare Sachen. Ja, und das ist natürlich auch etwas... Gerade wenn man dann in diesem Level ist, wo man eigentlich beigebracht bekommt, dass... wenn man hier runterfällt, sich Aua macht, dass es gewisse Stellen gibt, wo man gerade... Alter, war ich schon mal, ja. Wo wiederum nichts passiert. Oder wie so, wenn man geschützt wird. Ist auch hier wieder nicht weiter? Also das Level ist wirklich nervig in der Hinsicht. Weil es sehr, sehr einfach ist, scheinbar diesen einen Weg, den man einschlagen kann, hier zu übersehen. Ah, interessant. Wusste nicht, dass der auch den Gegner so verfolgen kann. No, hu. Der Fire hat sich einfach verabschiedet. Unser Glück. Deswegen, also das hier macht durchaus Laune. Sich hier so durchzuschnetzeln. Aber der Hauptaugenmerk dieses Spiels bleibt weiterhin bei den Bossgegnern. Und diese sind meines Erachtens nicht wirklich. Der Erste geht bei Sachen zum gewissen Grad. And what's the critical hit if the error is shot at the right moment? Warte mal, was das heißt. Der Erste ist zum gewissen Grad noch in Ordnung, weil man das Gefühl hat, man kann halt zum gewissen Grad was machen. Aber gerade gerade der Timekeeper ich weiß bei dem wirklich nicht, was ich machen soll in der Sekunde, in der er einen kriegt. In dem er seinen Interhaken rauszieht und den vor allem das fiese ist, man ist für die Zeit auch noch halt festgefressen. auch interessant zu sehen. Aui. Da war ich ein bisschen voreilig. Okay. Und dann geht's weiter. Wow, hi. Ach, wie sich das Gift, das Bluten stapelt. Oh, great. Cool. Da ist natürlich wirklich fies, dass er die Möglichkeit hat, diesen Sprung selbst in der hintersten Ecke einzusetzen. Hm. Nein, wir sind wirklich in der Luft auswirchen. Also man sieht natürlich, man kann das schön in die Länge ziehen. Ich denke, man sollte zwar trotzdem immer noch mal gucken, so ein bisschen nebenbei mit anzugreifen. Ha, interessanterweise, der hat sofort die Turtles kaputt gekriegt. Arrows stuck in enemy. Oh, wow. Okay, damit habe ich jetzt doch überhaupt nicht gerechnet. Genauso wenig besser. Okay. Zu dumm. Okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich werde mit diesem Spielen nicht warm. Es macht zwar Spaß, durch die Gegend zu laufen und die nur 15 Gegner abzuschnitzen, aber ich denke spätestens ab Stilt Village, wenn man meines Erachtens nicht den richtigen Bild hat, wird es zu nervig. Weil da so ein Aufwand dahinter ist, entweder den richtigen Bild zu haben oder meines Erachtens zum Teil wirklich einfach nur Glück zu haben, dass gerade nämlich die Kanoniere ein... Ich denke in der Sekunde in der Sekunde, in der zwei von denen am Start sind, die vielleicht im Gewissen doch näher beieinander stehen, dann wird es super schwer, den Kanonen auszuweichen und dann deren Dreifachangriffe, die ich denke, wenn alle drei treffen und man nicht genug Upgrades hat, einen sofort umbringen. Und ja, alle anderen Gegner meines Erachtens sind Stilt Village genauso nervig mit hier und da ein paar Ausnahmen. Und wir haben ja gesehen, was für Gebiete es da noch gab. Ich weiß nicht, Osoriary oder so wie es hieß. Das war ein Gebiet, das man auch super schnell hätte antreffen können, wo die Gegner auch verdammt brutal stark waren. Also ich habe das Gefühl, dass das Balancing hier so überhaupt nicht in diesem Spiel stimmt. Und dazu die meisten Unlocks sind vollkommen langweilig. Mutations sind meines Erachtens nicht gut durchdacht. Zu sagen, oh, du machst den Gegnerplatte, jetzt machst du noch mehr Schaden. Okay, cool. Aber sonst, da ist nichts dabei, was wirklich interessant ist, worauf man sich vielleicht freuen könnte, worum man sich darauf hinarbeiten möchte. Und das gleiche gilt mit den normalen Unlocks. Klar, es gibt da ein paar coole Sachen, aber wenn man zum Beispiel sieht, dass ich ganz bewusst meine Starterwaffe niemals aufgeben möchte, aber weil sie mit die beste meines Erachtens ist und ich denke halt, auch da muss man sagen, sowas wie, oh, du startest mit einem zufälligen Bogen. Das ist nicht wirklich angenehm. Denn man sieht wirklich, da gibt es so gewisse Waffen, die man freischalten kann, die nicht wirklich toll sind. Und klar, man hat zu einem gewissen Grad eine Kontrolle darüber, was man freischaltet, aber selbst dann, also, ich denke, das Spiel hat sein Potenzial und hat auch definitiv seinen Spaß, aber jetzt, wo man hier zurückgekehrt ist und das so ein bisschen gespielt hat, selbst dann nicht. Und so wichtig anzumerken ist, nach dem Timekeeper gibt es noch zwei weitere Bosse, die man besiegen kann oder muss, um das Spiel durchzuspielen. Und von dem, was ich gesehen habe, es gibt die Möglichkeit, im Workshop von Steam, wirklich nochmal so ein paar Sachen freizuschalten, wo man sich das Ganze noch einfacher machen kann. Ich hatte erst überlegt, ob man das vielleicht macht, einfach nur um das Ganze sich anzugucken, aber ich denke, wer wirklich an diesem Spiel Interesse hat, kann das Spiel sich ebenfalls freuen. Und wer ebenfalls Interesse hat, davon mehr noch zu sehen, kann entweder besser werden oder ebenfalls dann auf Sachen zurückgreifen, die das Spiel einfach einfacher machen. Aber halt, sich so, so durchzuschummeln, ich denke, das ist weniger interessant als Video. Ich bedanke, mich fürs Einschalten, entschuldige mich, dass ich dann doch so ein bisschen früher als eigentlich geplant dieses Let's Play schon wieder beende, aber ich denke, es macht keinen Sinn, ein Spiel zu spielen, an dem man eigentlich nur frustriert jedes Mal das Ganze beendet und sich eigentlich fast nur darauf freut, die normalen Runs hinzulegen. Und das ist, denke ich, nicht die Idee des Spiels. Wir kommen zu Ende. Ich bedanke, fürs Einschalten, hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.